Die Wildfolge Bei der Suchjagd schießen sie einen Hasen krank, also verwunden ihn. Der Hase flüchtet ins Nachbarrevier. 50 Meter hinter der Reviergrenze bleibt er liegen und klagt. Wie verhalten sie sich? Hier greift die sogenannte Wildfolge. Sie sind verpflichtet, das Wild unverzüglich von seinem Leiden zu erlösen. Tierschutz. Sie dürfen den Fasan mitnehmen, müssen ihn aber beim Reviergrenze